Hallo, euer Kapo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Holy Energy. Da mich ein paar Leute jetzt schon angeschrieben haben und gefragt haben, Kapo, kannst du mal ein Video zu einer Holy Bestellung machen, wo man vielleicht, oder ob es vielleicht einen Trick gibt, wo man halt am besten sparen kann. Und deswegen dieses Video. Also für alle Sparfüchse, bleib dran. Es wird spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war teilweise echt überrascht, wo ich gewisse Sachen ausgerechnet habe. Und ja, dazu kommen wir aber gleich. Als erstes nochmal für alle Leute, die komplett neu sind, kann ich euch wirklich aktuell Anlass zum dritten Geburtstag, das Starter Set Deluxe empfehlen, wo ihr Holy Energy, Holy Eistee und Holy Hydration habt. Also alle drei Kategorien, die es von Holy gibt, zum reduzierten Vorteilspreis von aktuell 39,99 Euro und mit meinem Partner-Code Kapodaster5, spart ihr nochmal 5 Euro auf die Bestellung und seid ihr bei 35 Euro und habt, wie es hier steht, 43 Portionen. Ich glaube, 20 verschiedene müssten es sein, wenn ich mich nicht irre, ungefähr. Und so könnt ihr in jede Kategorie erstmal euch testen, ob das was für euch ist oder nicht. Das finde ich aktuell wirklich ein fairer Preis. Selbst wenn es irgendwann dann, wenn die Aktion vorbei ist, nicht mehr reduziert sein sollte für 45 Euro, finde ich trotzdem auch ein fairer Preis, um erstmal komplett reinzuschnuppern in die Holy-Geschichte, sage ich mal so, oder in das Getränk von Holy in den verschiedenen Kategorien und ihr bekommt kostenlos ein Shaker dazu. Ja, hier sieht man auch, welche Sachen halt mit drin sind. Im Energy-Bereich sind es 7x2 Sorten oder 2x7 Sorten, so rum sind von jeder Sorte hier 7 Stück drin. Im Hydration-Bereich ist es 5x3, weil da gibt es noch nicht ganz so viel. Und im Eistee-Bereich auch 7x2 Socken. Und wie gesagt, so könnt ihr erstmal rein testen. Das ist mal zum Anfang an für Leute, die halt komplett neu sind. Wenn ihr nicht mehr neu seid und schon wisst, was ihr möchtet und ihr kauft euch große Tubes, kann ich euch immer nur das Mix-and-Match-Paket empfehlen. Finde ich einfach nur, ehrlich gesagt, am Ende des Tages erstmal am übersichtlichsten. Hier habt ihr alle Kategorien drin und seht auch gleich, wenn hinzufügen steht, wisst ihr, es ist verfügbar. Ich finde die Übersicht hier wirklich mega gut. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, nehmt das Mix-and-Match-Paket und hier könnt ihr euch dann eure verschiedenen Tubes auswählen. Sie werben immer, wenn ihr einen Tube anwählt mit 80 Cent. Das ist ein guter Preis, kann man für einen halben Liter echt nicht meckern. Also eine Portion, was einen halben Liter entspricht für 80 Cent, ist wirklich super. Aber ich zeige euch, wie ihr das drücken könnt, beziehungsweise ja, auf was für einen Preis wir dann pro halben Liter rauskommen. Erstmal, wenn ihr jetzt sagt, ihr nehmt nur einen, könnt ihr euch noch einen kostenlosen Shaker auswählen, dann zur Kasse gehen und dann seid ihr bei den 80 Cent. Nehmt ihr meinen Rabattcode Capodasta ohne die 5, also die 5 ist ja wirklich nur hinten, wenn ihr 5 Euro sparen würdet bei der ersten Bestellung, danach Capodasta nehmen, ist alles auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Dann seid ihr nicht bei 80 Cent bei der Bestellung, sondern bei 72 Cent. Also spart ihr 8 Cent auf einen halben Liter. Sagt ihr jetzt, ihr nehmt zwei Tubes, egal jetzt von welcher Seite spart ihr, ihr seht es hier schon mal 10 Prozent. Und dann seid ihr nicht mehr bei 72 Cent mit meinem Code, sondern bei 65 und spart demzufolge nochmal 7 Cent. Nehmt ihr sogar drei Tubes, seid ihr nicht mehr bei 65 Cent, sondern bei 62, somit spart ihr nochmal 3 Cent. Und nehmt ihr vier Tubes, ist eigentlich das Maximale, was man erreichen kann. Dann seid ihr bei einem halben Liter, spart ihr nochmal 4 Cent und seid bei 58 Cent für einen halben Liter. Das ist, was ich herausgefunden habe, ist jetzt grob gerechnet 58 Cent. Ist das Beste, was man eigentlich bei Holi erreichen kann. Deshalb empfehle ich, man sollte mindestens drei oder vier Tubes nehmen, damit es sich für euch rechnerisch am besten lohnt. So, jetzt sagen viele vielleicht, Kapo, wir reden hier von 3 Cent, 5 Cent, 7 Cent. Das sind, ja, Cent-Beträge für viele vielleicht irrelevant. So, jetzt rechnen wir mal einfach mit dem Durchschnitt, was jeder an Holi trinkt. Ich würde mal einfach behaupten, wenn man jetzt das vergleicht, Energy, Ice, Dehydration, dass jeder, sagen wir einfach mal, 3 am Tag nimmt. Also anderthalb Liter Holi zu sich nimmt. Wenn es mehr ist, spart ihr natürlich mehr, wenn ihr 4 Tubes nehmt. Wenn es natürlich nur einer ist oder so, dann wird es natürlich weniger. Ich habe jetzt mal für euch mit 3 gerechnet und habe das mal aufs Jahr hochgerechnet. Und das finde ich schon richtig interessant. Wenn ihr sagt, ihr nehmt 4 Tubes, das ist ja das Maximale mit 58 Cent. Wenn ihr jetzt aber nur sagt, ich nehme 3 Tubes, was die 4 Cent sind und wir rechnen mit 3 am Tag, also mit 3 Holis, die ihr am Tag trinkt, spart ihr sage und schreibe 44 Euro. Das finde ich richtig, richtig viel. Wie gesagt, das sind 4 Cent und das finde ich jetzt schon echt krass, dass man da 44 Euro spart, wenn man 4 nimmt statt 3. Der Unterschied wird noch krasser, wenn ihr 4 nehmt statt 2 Tubes, spart ihr sogar 77 Euro. Und wenn ihr 4 Tubes nehmt statt 1 Tube, spart ihr sogar sage und schreibe 154 Euro auf das Jahr. Wenn ihr, wie gesagt, im Durchschnitt 3 Holis am Tag konsumiert. Wenn es bei anderen mehr ist, ist ja beim Energy nimmt man vielleicht nicht so viel zu sich, aber beim Ice-T oder Hydration kann man ja definitiv auch mehr zu sich nehmen. Wenn man jetzt sagt, man nimmt 4 oder 5, gehen die Zahlen natürlich extrem nach oben. Bei 6 ist es sogar das Doppelte, aber ich denke mal, die wenigsten werden 6 nehmen. Ich denke, oder ich fand das so, wie ich immer mitbekomme, aber dass der Mittelwert so bei 3 liegt. Deshalb habe ich mit 3 gerechnet. Und wie gesagt, wenn ihr 4 Tubes nehmt, gegenüber 3 Tubes 44 Euro, gegenüber 2 77 und gegenüber 1 Tub 100 54 Euro. Ja, ich finde das sehr interessant, war mal interessant generell auszurechnen. Und wie gesagt, bei der ersten Bestellung Capodaster 5, bei den anderen Bestellungen Capodaster, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und somit könnt ihr bei jeder Bestellung die 10% sparen, womit ich auch gerechnet habe. Ja, lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr das genauso krass bzw. interessant findet wie ich. Und ja, was ihr einfach dazu sagt. Und gerne auch mal, was eure Lieblingssorten sind. Oder sogar, welche Sorte ich mal für euch testen sollte. Oder ich vielleicht schon getestet habe, aber noch kein Video habe, was euch vielleicht interessiert. Ja, lasst mich das mal gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch generell meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.